Wie die Zeit vergeht, wir sind doch schon in der letzten Reihe angelangt bei der Socke Nummer 19. Leuchtet auf, klicken wir drauf, was ist drin, es sind wieder Superfutter enthalten, das gab es ja bereits zweimal und zwar sind jetzt hier 25 Superfutter, das ist ja interessant muss man sagen, normalerweise denkt man sich so, okay, Türchen für Tür, es fängt klein an, hab mich ja gesehen mit 15 Superjunger, ging klein weiter mit 8.8 am Brustpenny und mit der Zeit steigert sich das ein bisschen, irgendwann war nochmal Superlücke drin, 25 und dann nochmal 45, ja, Superfutter ist es erscheint ein bisschen anders, 10, dann 30 und dann wird es wieder weniger mit 25, naja gut, aber Superfutter an sich ist ja gar nicht schlecht muss man sagen, ist eigentlich schon recht nice, das eine oder andere Mehrheit von mir aus auch noch drinnen sein können, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber so schlecht ist es ja nicht. Übrigens nebenbei noch gesagt, ja, gestern die Baham-Rama-Sitzende 8 an der Zahl drinnen waren, da kommt auch heute noch im Laufe des Tages mein Ausbeuten-Video, wo ich diese 8 dann auch nochmal im Video dann abernten werde, bin ich auch schon sehr gespannt, was da drinnen sein wird. Und ja, von daher war es in diesem kleinen Video dazu zu Socke Nummer 19 in Baham-Rama Sockenkalender, kann man es ja nennen. Ich bin ein bisschen